Oft liest man in der Presse von den zwei Gesichtern des Arbeitsmarkts. Und zwar haben wir auf der einen Seite einen kleinen Kreis von Menschen, die im Grunde nicht in Arbeit vermittelbar sind. Und das sieht man hier in der Grafik an der roten Linie, das sind die Zahl der Arbeitslosen. Und auf der anderen Seite klagen viele Betriebe seit langem, es seien keine Fachkräfte zu finden und Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Und das hier diese grüne Linie, und zwar sind das die Zahl der offenen Stellen. Und jetzt ist die Frage, warum haben wir dieses Ungleichgewicht im Arbeitsmarkt? Und können wir dieses Ungleichgewicht an einem Modell zeigen? Und zwar habe ich hier in einem Koordinatensystem auf der Y-Achse eine Vakanzquote, auf der X-Achse eine Arbeitslosenquote. Und ich habe eine Beverage-Kurve in der Mitte, wo ich alle Kombinationen zwischen Vakanzquote und Arbeitslosenquote darstellen kann. Ich habe also zum Beispiel hier an dem Punkt eine sehr niedrige Arbeitslosenrate und eine sehr hohe Anzahl an offenen Stellen. Und ich habe hier an dem Punkt eine sehr hohe Arbeitslosenquote und eine sehr niedrige Anzahl an offenen Stellen. Und angenommen, ich bin jetzt an dem Punkt hier in der Mitte und die Beverage-Kurve verschiebt sich jetzt nach rechts, sagen wir nach zehn Jahren. Und was ich an dieser neuen Beverage-Kurve B2 jetzt sehen kann, ist, dass an jedem Punkt der Beverage-Kurve die Zahl der offenen Stellen und die Zahl der Arbeitslosigkeit höher ist. Das heißt, dieses Ungleichgewicht oder dieser Mismatch in der Arbeitslosigkeit ist jetzt größer geworden. Und das kann drei Gründe haben. Zum Ersten kann das ein struktureller Grund sein. Ich habe jetzt einen Übergang zu einer IT-Wirtschaft zum Beispiel, wo ich eine sehr hohe Anzahl offener Stellen im IT-Sektor habe, gleichzeitig aber viele ungelernte Arbeitslose keinen Job haben. Es kann ein regionaler sein. Es kann sein, dass im Osten zum Beispiel ich eine sehr hohe Arbeitslosigkeit habe, wo entgegen im Westen sehr viele offene Stellen zu finden sind. Und es kann drittens in einem geringeren Maße eine friktionelle Arbeitslosigkeit sein. Das heißt, sehr viele Leute suchen nach Jobs temporär und deshalb ist der Mismatch so groß geworden. Und was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann mir überlegen, ist das tatsächlich strukturell oder nur vorübergehend. Und ich kann jetzt eine Winkelhalbierende einzeichnen, also 45-Grad-Linie. Und wenn ich jetzt am oberen Teil der Beverage-Kurve bin, das heißt, ich habe eine sehr hohe Zahl an offenen Stellen und eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, dann kann es sein, dass die Konjunktur zurzeit sehr gut läuft. Deshalb habe ich eine kleinere Zahl an Arbeitslosen. Wenn ich auf der Beverage-Kurve nach unten entlang fahre, dann sehe ich, dass ich eine sehr hohe Arbeitslosenquote habe und eine sehr niedrige Zahl an offenen Stellen. Und ich bin zurzeit in einer sehr schlechten Konjunktur. Und jetzt die Frage, kann ich zwischen konjunktureller und struktureller Arbeitslosigkeit unterscheiden? Und dazu habe ich hier in dieser Grafik die letzten zehn Jahre eingezeichnet, der Arbeitslosenquote und der Vakanzquote in Deutschland. Und was ich hier deutlich sehen kann, ist, dass vor zehn Jahren die Arbeitslosenquote und die Vakanzquote sehr hoch war und in den folgenden zehn Jahren diese Arbeitslosenquote und die Vakanzquote gesunken ist. Das heißt, die Missmanage-Arbeitslosigkeit hat sich aufgrund verschiedener Maßnahmen in den letzten zehn Jahren verringert. Ganz sicherheitshalte, als sie aufgrund verschiedenste ZD-dokuntypen haben, wir sehen, dass die ZD-dokuntypen auch nicht nur mehr ausgleichen. Also, ich nehme die ZD-dokuntypen, Untertitelung des ZDF, 2020